Hallo Leute, herzlich willkommen wieder auf BBK Let's Play. Ich bin wieder euer Fred Leszea. Wir sind bei einem weiteren Let's Play Pro Evolution Soccer 2015. Wir befinden uns am Spieltag 16 der Deutschen Bundesliga mit dem 1. FC Köln. Spielen zu Hause jetzt gegen den Hertha BSC. Unser Teamvertrauensniveau ist auf 94%. Spielen zu Hause im Rhein-Energiestadion. Zuletzt gab es eine klare Platte auswärts beim SC Freiburg mit 3 zu 0. Und ja, wir sind jetzt mittlerweile am 5. Tabellenplatz und so kann es nicht weitergehen. Ich meine, für den 1. FC Köln ist der Tabellenplatz 5 ziemlich stark. Also mehr kann man mit so einem Kader eigentlich gar nicht erwarten. Aber dennoch waren wir schon weiter oben, haben gezeigt, dass unsere Mannschaft Potenzial für mehr hat. Und daher wollen wir uns das auf keinen Fall gefallen lassen. Wir werden jetzt doch gleich loslegen nach einer kurzen Anführung in die Aufstellung wie immer. Und natürlich, wir spielen zu Hause im Rhein-Energiestadion mit den weiß-roten Trikots gegen Hertha BSC. Ja, an der Aufstellung ändert sich eigentlich nichts. Hosiner, Halfa, Risse und Heulet. Vogt und Matoschik im Defensiv-Mittelfeld. Hector, Kevin Wimmer, Mavriant, Preczko und Horners Kapitän im Tor. Wie ihr sehen könnt, ist durch den neuesten PS-Galaxy-Patch bei der Deutschen Bundesliga sind die Namen geändert worden. Also die waren zuletzt immer groß geschrieben. Sind sie jetzt allerdings nicht mehr, sondern mit Groß- und Kleinbuchstaben. Was sehr schön, also viel schöner ausschaut auch. Und ja, das ist jetzt auch eine kleine Veränderung. Peschko wird jetzt wieder mitkommen natürlich. Sollten wir vielleicht mal umstellen. Statt Uia. Der natürlich auch immer wieder für Gefahr sorgen kann von der Bank heraus. Peschko. Also was uns vielleicht fehlt, was man in den letzten Partien auch sehen konnte, ist erst in erster Linie mal die Konstanz. Und zweitens befinden wir uns jetzt am 22. Dezember. Das heißt, demnächst beim nächsten Part wird eigentlich die Transferzeit schon da sein. Und ich finde, uns könnte ein Spieler, also ein individueller Klasse-Spieler ziemlich gut tun in der Mannschaft. Das heißt, ein Spieler halt zumindest, der die Mannschaft noch ein wenig an die Höchstleistungen pusht. Das kann also ein Spieler, ein Führungsspieler auf jeden Fall, also einer, der die Mannschaft leiten kann. Einer, der wahnsinnig viel Qualität mitbringt. Die Frage ist natürlich, ob finanziell so einer zu stemmen ist für uns. Ich glaube aber, wir haben noch zwischen 10 und 20 Millionen, wenn mich nicht alles täuscht, zur Verfügung. Und vielleicht fällt auch euch ein Spieler ein, wo ihr sagt, der könnte uns auf jeden Fall noch auf ein anderes Level bringen, diese Spieler, wenn wir den in der Mannschaft haben. Würde mich freuen, wenn ihr da Feedback geben würdet. Weil, wie gesagt, ich glaube, ein, zwei Verstärkungen könnten wir auf jeden Fall noch vertragen. Die Mannschaft ist jetzt nicht schlecht. Sie hat auch bewiesen, dass sie gut spielen kann. Allerdings, ja, wie gesagt, die Konstanz ist nicht da. Und ein 3 zu 0 zum Beispiel gegen SC Freiburg, auch wenn die Mannschaft, ja, ein wenig jung ist und unerfahren ist und, ja, nicht die Stärke bringt. Von den Stärkenpunkten her hat man gesehen, dass die Chemie passt. Und ein 3 zu 0 gegen Freiburg hinzunehmen, ja, ist natürlich schwer. Wenn das jetzt gegen Bayern oder gegen Dortmund oder so passiert, ist es natürlich eine ganz andere Geschichte. Oder gegen Bremen von mir aus, die zwar auch unten sind in der Tabelle, aber natürlich Qualität für mehr haben. Aber, ja, gegen SC Freiburg ist das natürlich die, die eigentlich auf unserem Niveau agieren. 3 zu 0 zu verlieren, an der Frech hat eigentlich eine Schande für uns. Und, Achtung, Schieber, Julian Schieber, und da kommt auch schon der Schuss. Schieber, der letzte Saison, glaube ich, noch beim BVB gespielt hat. Tiemlich guter Schuss, gefährlich für uns gewesen. Was ich jetzt noch am überlegen bin, ist, welche, sage ich mal, Position, ich am ehesten verstärken soll, weil, wie gesagt, auf dem linken Flügel haben wir jetzt mit Heulet einen Spieler, der sehr schnell ist und sehr beweglich ist. Da weiß ich, also, wie gesagt, da war er nicht fix, ob ich den behalten will. Jawohl, super Flanke von Heulet. Und Hosina macht mal das 1 zu 0. Das war jetzt ein schöner Angriff. Kann man nicht meckern. Super Pass von Matoschik raus auf Heulet. Schauen wir es uns nochmal an. Wir haben Schnürchen gezogen, Heulet, lasst den Ball ein-, zweimal aufkommen, stoppt sich dann, flankt rein und Hosina, perfekt, also, schöner kann man es nicht machen. Super 1 zu 0 für uns. Das war genau die Antwort, die wir von unserem Team sehen wollten, erwartet haben. Nach der 3 zu 0-Platte gegen Freiburg. Vor allem gegen Hertha BSC, die am überraschend starken dritten Platz stehen, also, vor uns in der Tabelle sind. Und da sind solche Tore natürlich besonders schmackhaft. Nochmal. Ah, ja, 2 zu 0. Der Tormann kann nicht gescheit klären. 2 zu 0 für uns. Ich glaube, Daniel Halfer war es. Ja. Daniel Halfer war ein super Spieler, ich kann es immer wieder nur betonen. Heulet war wieder beteiligt mit einem super Pass auf Halfer. Der nimmt sich den Ball schön mit, mit der Brust, kommt dann zum Schuss schon. Tormann faustet weg und Halfer, ja, faustet schlecht weg eigentlich zum Leitwesen von Hertha BSC. Und Halfer kommt dann im Nachschuss, kann abstauben zum 2 zu 0. Ja, und so kann man eine Partie auch früh entscheiden, sage ich. Da müsste jetzt schon ein großes Wunder passieren, wenn wir da gegen Hertha noch, ja, einen Unentschieden kassieren würden oder sogar verlieren würden. Schöner Pass wieder, Fosina. Und da ist das 3 zu 0. Unglaublich, was ist mit dieser Mannschaft heute los? Gar nichts wiederzuerkennen nach dem 3 zu 0 gegen Freiburg. Es gelingt wirklich jeder Pass. Das ist, wir haben Schnürchen gezogen. Mato Schick wieder raus auf Heulet. Und ich glaube, wieder Heulet war es mit dem Pass. Ja. Heulet, über den ich gerade vorhin erwähnt habe, wo wir uns gar nicht sicher waren, ob wir den behalten wollen, der gemeinsam mit Fosina im Sommer gekommen ist, bestätigt das eine Klasse. Der dürfte uns wohl gehört haben. Und ich glaube, der wird jetzt seinen Platz auf jeden Fall fix haben. Also der wird auf jeden Fall bei uns im Team bleiben, so wie auch Peschko als Ersatzmann. Solche Spieler gibt man nicht her. Seien Peschko ist vielleicht wirklich unzufrieden oder so, aber das glaube ich jetzt auch nicht, dass der unbedingt weg will. Ja, ansonsten, wie gesagt, ist jetzt halt die Frage, auf welcher Position ich wirklich den Hebel ansetzen soll noch, mit einer wirklich guten Verstärkung, wie gesagt, weil auf der linken Position jetzt mit Heulet, im Sturm mit Hosina eigentlich, die Spieler gesetzt sind. Auf der rechten Seite haben wir mit Riss eigentlich auch einen super Spieler. Matuschik und Vogt sind jetzt eigentlich auch, also vor allem Matuschik heute in der Partie unglaublich stark, sind jetzt auch nicht so die Spieler, die man unbedingt draußen lässt. Also wenn, dann könnte ich mir eigentlich überhaupt nur momentan in der Verteidigung oder Außenverteidigung einer Verstärkung vorstellen, bei Matuschik und 4 zu 0 Hosina. Matuschik könnte ich mir nicht vorstellen eigentlich, den wegzugeben und Vogt eigentlich auch nicht, weil Vogt glaube ich ziemlich stark ist, auch von der Stärke her. Und das sind zwei Spiele von hinten heraus, die das Spiel leiten können und lenken können. Schön von Hosina wieder, kommt da super hin. Der Verteidiger vom Hertha Patzt kann dann erstmal entscheidend eingreifen und es steht 4 zu 0 für uns und das bereits nach 41 Spielminuten. Also, unglaublich. Halfer. Au, schade. Der wäre wieder gut in Richtung Hosina gekommen. Diesmal ist Kraft da und kann den Ball auch fangen und festhalten. Aber dieses Spiel spricht eine klare Sprache. Es wäre so, wie wenn die Spieler das im Gefühl gehabt hätten, nach dem 3 zu 0 zuletzt gegen Freiburg. Nach dieser klaren Pleite. Uh, knapp hätte es da Glück gehabt, dass die Transferzeit naht und dass wir da planen, der eine oder andere wirklich hochkarätige Verstärkung zu holen hat und auf eventuell angst um ihren Stammplatz. Und, ja. Jetzt läuft das Ding ganz von alleine. 14 zu 0 in Führung zur Halbzeit. Trotzdem mit weniger Ballbesitz, aber erfolgreiche Pässe auch noch nicht gerade großartig. 76 Prozent, wo Hertha BSC 95 hat. Aber das zählt alles nicht. Was zählt ist die Chancenauswertung und die Effektivität. Und die stimmt am heutigen Spieltag total bei uns. Und wir führen 4 zu 0 bereits zur Halbzeit. Und die Spieler schießen sich jetzt irgendwie so auf die Art den Frust von der Seele. Und Hertha BSC muss dran glauben. Und ich kann es nochmal betonen, wir spielen da hier gegen den Drittplatzierten der Liga. Wir sind im Moment fünfter Platz. Also wir spielen gegen eine Mannschaft, die vom Tabellenplatz her höher positioniert ist als wir. Und 4 zu halbzeit, 4 zu 0. Also das ist schon eine wahnsinnige Klasse, die da unser Team auf das Parkett bringt. Oh, Heulet. Das würde ich gerne nochmal sehen. Das sah wie, wenn er mit dem Außenriss oder mit der Ferse da spielt. Super gemacht. Leider hat er halt nicht belohnt worden. Aber Heulet in der Partie eigentlich neben Hosina. Also Heulet und Hosina. Beide Sommertransers, die Spieler des Spiels. Also in dieser Partie. Unglaublich, was die beiden hier leisten. Hosina, der die Bälle verwandelt. Heulet, der die Bälle super spielt. Matoschik. Oh, schade. Matoschik rennt da auch mal mit vor. Auch der spielt eine super Partie heute. Also eigentlich gibt es keinen, der heute keine schlechte Partie spielt. Und dadurch können wir auch so hoch in Führung sein, weil eben jeder Spieler heute gut mitarbeitet. Achtung, Hektor. Ja, schön angesetzt noch Mavre, Kevin Wimmer. Da könnte man, wie gesagt, eventuell den Hebel ansetzen. Aber ich überlege jetzt gerade. Und Mavre und Wimmer eigentlich auch. Vor allem Kevin Wimmer, Österreicher, will ich natürlich nicht außen vor lassen. Und Mavre war eigentlich auch ein robuster, super Innenverteidiger. Ja, also ich habe eigentlich irgendwie ein Luxusproblem, obwohl wir nicht die Stärke mitbringen. Aber von der individuellen Qualität. Ich kenne meine Spieler und die spielen alle nicht schlecht. Also die können spielen. Sie zeigen es zwar nicht immer, aber da wirklich jemanden rauszusetzen permanent, ist verdammt schwer. Das tut mir eigentlich bei einem Peschko schon weh. Allerdings hat der Heulett natürlich durch seine Geschwindigkeit und durch seine Flanken vor allem heute weiterhin bewiesen, dass er gesetzt sein muss. Und es fällt mir der verdammt schwer. Im Moment würde ich eher noch ein schwächtes Glied eben entweder Peschko sehen, der rechts außen spielt bei uns. Den könnte ich mir vorstellen zu ersetzen. Da könnte man vielleicht was machen mit einem wirklich 80, 90 Stärkespieler, wenn wir uns den leisten können überhaupt. Und ansonsten, ja, Horn im Tor als Kapitän. Allerdings, wie gesagt, hat der auch schon einige gute Paraden und gute Partien gezeigt und war ein wichtiger Rückhalt. Also, ja, verdammt schwer. Aber wenn ihr meine Videos regelmäßig verfolgt, kennt ihr auch sicher schon meine Mannschaft, wie sich die Mannschaft verhält, wie die spielt, wie unsere Spieltaktik ist. Und ja, vielleicht habt ihr einen Tipp für mich, könnt mir da die Entscheidung ein wenig einfacher gestalten, abnehmen und sagt mir einfach, welchen Spieler ihr draußen lassen würdet und wen ihr stattdessen holen würdet. Einen klasse Mann vielleicht, der auch in unserem leistbaren Bereich liegt für FC Köln. Und ja, würde mich freuen, auf jeden Fall. Vogt, raus auf Risse. Das war jetzt mal nicht so ein guter Pass. Die Richtung hätte gepasst, allerdings abgefangen worden. Mavre. Achtung, Julian Schieber gefällt mir heute sehr gut da im Sturm vor den Hertha BSC. Bewegt sich super, kann gut schießen. Wenn ich Hosina nicht hätte, ja, werde ich eventuell sogar anklopfen, weil der Beant drückt mich da in der Partie wirklich. Was eigentlich auch ziemlich schwer ist, weil wenn man 4 zu 0 hinten ist, dass da noch ein Spieler heraussticht. Das muss man auch erst einmal schaffen. Hosina. Ja, schön gespielt. Schöner Pass rüber, Hosina. Allerdings ist da der Kraft heraußen. Beklebt den Ball unter sich. Vogt drückt auch weit auf. Heulet. Ah, schade. Zettelt sich da ein wenig. Bekommt den Freistoß nicht. Allerdings, ja, war auch, glaube ich, kein Freistoß zu geben. Jetzt auch wieder ein normales Ballspiel, leider halt zusammengelaufen. Kevin Wimmer. Und das ist auch das, was uns in dem Spiel so stark macht. Diese Zweikampfstärke, wie wir gerade gesehen haben. Wimmer verliert den Ball. Allerdings gleich wieder Hektor war es, glaube ich, der da da ist und gleich wieder den Ball zurückgehobert. Also es arbeitet jeder für jeden mit. Vor allem heute, wie man gut sehen kann. Und das macht uns so unglaublich stark. Ja, diese Zweikampfstärke auch. Halfa, super Schuss jetzt. Der Pass genau zum 5 zu 0. Hosina spielt einen super Pass wieder, wartet ab, schaut, dass Halfa nicht im Upside steht, spielt perfekt zum richtigen Zeitpunkt durch. Und Halfa, ja, der Ball schlägt genau unten rechts an, in der Ecke, und Halfa kann da nichts machen. 91. Minute, okay, es ist zwar schon ein wenig spät, aber wir werden jetzt trotzdem noch Austausch machen. Matoschik wird rausgehen. Lehmann wird kommen, heulet ist müde, für ihn kommt Pesco, der auch mal wieder seinen Auftritt haben soll. Und Simon Zoller wird für Hosina kommen, der auch seinen Abtrittsapplaus verdient hat. Allerdings, wenn jetzt gleich die, ja, das Spiel aus ist, also keine Unterbrechung mehr kommt, wird es ohnehin gleich aus sein, und dann werden höchstwahrscheinlich die Auswechslungen gar nicht mehr passieren. Und da gibt es noch das 6 zu 0, abgefälschter Ball. Eigentor, ja. Langkampers. Schauen wir uns an, von wem es ausgegangen ist von uns. Halfa kommt da, nein, Halfa war es nicht, glaube ich. Ja, von hinten kommt da Vogt, war es. Super Schuss. Allerdings noch geblockt von Langkamp. Wäre vielleicht sogar daneben gegangen von Vogt. Der Schuss war zwar gut platziert, das hätte die Richtung gestimmt, und die Kraft dahinter. Allerdings glaube ich, dass der nicht gepasst hätte. Jetzt gab es doch die Auswechslungen noch, allerdings ist es schon aus. Aber ich glaube, die Erfahrungspunkte bekommen die Spieler auf jeden Fall jetzt da in der Masterliga, weil sie doch kurz am Spielfeld waren. Und ja, ist nicht schlecht für die Entwicklung. Wir gewinnen klar mit 6 zu 0 gegen Hertha BSC. Schüsse 10 zu 8, 6 zu 2 auf die Tore. Das heißt, Hertha BSC hat da eigentlich auch viele Schüsse. Alleine auch von Julian Schieber schon, der sich gut präsentiert hat. Erfolgreiche Pässe, hat sich eigentlich nichts geändert. Flanken hatten wir mehr. Abgefangene Pässe hatten wir gar nicht zu viel. Attacken auch ziemlich ausgeglichen. Also ja, es ist heute, wie gesagt, einfach an der Zweikampfstärke gelegen und an der Chancenauswertung. Und ja, freut mich, dass das so gut geklappt hat. 6 zu 0. Wir werden jetzt auch schauen, wo wir uns wieder befinden. Wir sind jetzt am dritten Platz, raufgeklettert durch den Sieg. Das ist natürlich toll. Wir sind jetzt wieder Dritter. 13 Punkte hinter den Bayern und 4 Punkte hinter dem BVB. Also die 4 Punkte kann man auf jeden Fall aufholen als Vizemaster wieder, dass man Vizemaster wird. Die 13 Punkte wären schwierig. Wir sind jetzt wieder auf einem Champions League Platz, was für den 1. FC Köln fantastisch wäre, vor allem finanzieller Hinsicht auch. Ja, wir werden jetzt schauen. Okay, wir haben 18,6 Millionen. Also damit wissen wir auch, wie unser Transfer-Bitzi ausschaut. Das heißt, wir haben 18,6 Millionen zur Verfügung für einen Spieler, den wir holen können. Zwei Spieler machen schnell Fortschritte. Bekommen wir da gerade die Nachricht. Schauen wir an, wer das ist. Das sind Risse und Heule. Okay, die Flügelspieler. Wundert mich nicht. Die beiden spielen guten Fußball. Fußballer des Jahres in Asien ist Hombo aus Indonesien. Okay, sagt mir nichts. Ja, wir spielen das nächste Spiel zu Hause gegen Hannover, 96. Mich würde freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder anschaltet. Unser Teamvertrauensniveau ist jetzt auf 100%. Wir spielen, also wir befinden uns gerade zu Weihnachten am 24.12. Wie ihr es hier sehen könnt, nochmal die Finanzen, 18,6, also 18,689.000, genau gesagt. Ja, wie gesagt, vielleicht fällt euch was ein. Ich werde auch weiterhin überlegen und mich würde freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder anschaltet. Bis zum nächsten Mal. Euer Fred Leszer. Ich werde auch weiterhin überlegen. Ja, Vielen Dank.